Tim Wiese, The Machine, vor Ort bei MH Keller in Moosbach. MH Keller ist spezialisiert auf das CNC-Drehen und CNC-Fräsen. Tim, bist du bereit? Du wirst schon in der Fertigung erwartet. Bring noch Material mit, das fehlt an der Maschine. Metallstange richtifizieren und Maschine einstellen. Besser du lässt Lataire. Die ist Expertin für das Drehen. Da kannst du noch was lernen. Auftrag in Produktion. Auf zur nächsten Maschine. Analoger Prozess. Gut aufpassen, Tim. Gleich bist du dran. Dieses Mal mit Stammenlader. Jetzt du, Tim. Alles startklar und go. Zweite Maschine in Produktion. Und Tim, was sagst du? Nathalie, du bist eine richtig geile Dreherin. Gindomag, ihr Partner für Gebrauchtmaschinen, präsentiert. Wir feiern Fertiger.